Dein PC stürzt mitten im Betrieb einfach so ab, du hast keine Ahnung woran es liegen könnte und hast auch keine Lust auf einen überteuerten Reparaturdienst, dann bist du bei diesem Video genau richtig und solltest nun unbedingt dranbleiben. Heute präsentiere ich dir die erfahrungsgemäß häufigsten Ursachen für PC-Abstürze und nenne dazu auch gleich passende Lösungsansätze. Let's go! Damit dir in Zukunft lästige PC-Abstürze erspart bleiben, gilt es zunächst einmal die Fehlerquelle zu identifizieren und diese mit verschiedenen Maßnahmen zu beseitigen. Dabei sollte man immer gut organisiert vorgehen und sich drei wesentliche Fragen stellen, die letzten Endes zur Problemlösung beitragen. Erstens, mit welcher Art von Absturz habe ich es zu tun, dazu später mehr. Zweitens, seit wann besteht dieses Problem und drittens, in welchem Zusammenhang bzw. in welcher Situation stürzt mein PC ab? Mit Hilfe dieser drei Fragen lassen sich die möglichen Fehlerquellen eingrenzen und die Problemursache identifizieren. Doch bevor wir im folgenden mit den konkreten Ursachen und Problemlösungen fortfahren, hier nochmal ein wichtiger Hinweis für Nutzer eines Fertig-PC-Systems. Sollte sich euer Gesamtsystem noch innerhalb der Garantiezeit befinden, so solltet ihr den PC beim Verkäufer reklamieren und von eurem Garantieanspruch Gebrauch machen. Andernfalls könnte euer Anspruch auf Garantie verloren gehen, insofern ihr den PC selbst öffnet und auf eigene Faust nach dem Fehler sucht. Sollte sich euer Computer nicht mehr in der Garantiezeit befinden oder damals von euch selbst zusammengebaut worden sein, so könnt ihr nun mit Hilfe dieses Videos auf Fehlersuche gehen. Kurzer Disclaimer, die Sicherung von persönlichen Daten ist ratsam und beim Arbeiten mit geöffneten PC-Gehäuse ist das System vom Strom zu trennen. Alle Handlungen erfolgen immer auf eigene Gefahr. Egal wo die genauen Ursachen für die Abstürze liegen, drei Sachen solltet ihr in jedem Fall vorher durchführen. Überprüft zunächst, ob euer Windows auf dem aktuellsten Stand ist und sämtliche Treiber, vor allem Grafiktreiber, aktuell gehalten sind. Manuell angelegte Overclocking-Profile gilt es zurückzusetzen und auch ein Virenscan solltet ihr ausführen. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon einige grundlegende Fehlerquellen ausgeschlossen und solltet nun wissen, dass Absturz nicht gleich Absturz ist. Jeder Nutzer definiert das Wort etwas anders und letzten Endes gibt es verschiedene Arten von PC-Abstürzen, die jeweils auf mögliche Fehlerquellen hinweisen. Erhaltet ihr mitten im Betrieb ein Blackscreen, der PC läuft aber hörbar und sichtbar weiter, so handelt es sich meist gar nicht um einen klassischen Absturz, sondern eventuell nur um einen Wackelkontakt im Kabel, fehlerhaften Grafiktreibern oder sogar um eine defekte Grafikeinheit. Hierzu habe ich bereits ein separates Video veröffentlicht, welches ich euch nun hier oben rechts in der Infocard verlinkt habe. Manche Nutzer definieren einen Absturz auch über ein plötzlich gefreeztes bzw. eingefrorenes Bild. Hier können wieder einmal die Grafiktreiber aber auch gut und gerne mal ein überlastetes bzw. defektes Laufwerk schuld sein. Auch zu diesem Fehler habe ich bereits ein Video erstellt, welches ich euch hier ebenfalls verlinkt habe. Häufig gibt der PC im Falle eines plötzlichen Absturzes auch einen sogenannten Blue Screen aus, der ungefähr so aussieht. Hier ist der Stop-Code, zu deutsch Stillstandscode zu beachten. Diesen solltet ihr euch notieren und danach googeln. Damit lassen sich die Fehlerquellen identifizieren und Lösungsansätze herausfinden. Als primäre Quelle empfehle ich hierbei zunächst Microsoft.com selber und anschließend verschiedene Technikfachseiten und Userforen. Der nach wie vor klassische PC-Absturz, der nachfolgend behandelt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass der PC entweder während des Betriebs oder beim Hochfahren plötzlich ausgeht und natürlich auch kein Bild mehr angezeigt wird. Teilweise treten in dem Zusammenhang auch noch andere Ungereimtheiten auf, wie zum Beispiel laute Schleifgeräusche, die meist auf eine defekte Festplatte hinweisen. Verpixelte oder flackernde Bilder wiederum weisen häufig auf eine defekte Grafikkarte oder Grafiktreiber-Probleme hin. Im Falle eines solchen klassischen Absturzes solltet ihr euch zunächst die Frage stellen, seit wann das Problem genau besteht. Habt ihr in letzter Zeit etwas an den Hardware-Bauteilen verändert, eure Komponenten ausgetauscht oder ein Hardware-Upgrade durchgeführt? So könnten hier Kompatibilitätsprobleme mit den alten Treibern die Ursache sein. Am besten deinstalliert ihr nochmal alle Treiber und spielt diese im Anschluss nochmal neu auf. Auch ein BIOS-Reset über das Entfernen und Wiedereinsetzen der CMOS-Batterie kann manchmal wahre Wunder bewirken. Vielleicht besteht der Fehler aber auch erst seit einer Programminstallation, seit einem Windows 10 Update oder nach einer Treiberaktualisierung. Dann könnte die betroffene Software entweder fehlerhaft oder inkompatibel sein und sollte probeweise entfernt werden. Ein Programm könnt ihr über die Suchfunktion unter Programme hinzufügen und entfernen deinstallieren und sämtliche Treiber können über den Geräte-Manager gelöscht werden. Um das letzte Windows Update rückgängig zu machen, habe ich euch eine Anleitung von heise.de in der Videobeschreibung verlinkt. Doch habt ihr kurz bevor das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist, weder neue Software installiert noch irgendwas an euren Hardware-Bauteilen verändert? So ist ein weiteres Indiz für die Fehlerursache die Situation, in der euer PC abstürzt. Sollte dieser nämlich schon im Startvorgang plötzlich ausgehen, so könnte eine grundlegende Windows-Datei fehlerhaft sein, sodass das Betriebssystem nicht korrekt geladen werden kann. In diesem Falle könnte euch die automatische Windows-Reparatur weiterhelfen, die bei mehrfachen Startfehlversuchen automatisch durchlaufen sollte, die aber auch alternativ über die Computer-Reparatur-Option via Boot-Medium erreicht. Unter dem Punkt Problembehandlung könnt ihr hier die sogenannte Starthilfe auswählen, wonach im Anschluss ein automatischer Reparaturversuch beginnt. Sollte diese Methode nicht den gewünschten Erfolg erbringen, wäre eine Windows-Neuinstallation immer noch eine Option. Für den Fall, dass sich euer PC-System zwar noch regulär starten lässt, dafür aber im Leerlauf ohne Verwendung aufwendiger Programme plötzlich einfach so abstürzt, kann ich euch folgende Maßnahmen empfehlen. Zuerst rate ich euch die Auslastung der einzelnen Hardware-Bauteile auszulesen, um somit eventuelle Überlastungen festzustellen. Hierfür öffnet ihr zunächst den Taskmanager und wechselt anschließend auf den Reiter Leistungen. Sollte eine der Komponenten im Leerlauf schon voll ausgelastet sein, so könnte dies ein Hinweis auf die Fehlerquelle sein, bzw. auf eine überforderte Komponente. Zudem bietet es sich an, die Temperaturwerte von CPU, Grafikart und Mainboard festzustellen, um mögliche Überhitzungen auszuschließen. Dafür eignet sich unter anderem das Tool HW Monitor, zu dem ich euch auch hier ein entsprechendes Video oben in der Infocard verlinkt habe. Sollten die Messungen überhöhte Temperaturwerte ergeben haben, so wäre beispielsweise eine Verbesserung des Airflows ratsam. Bei einer zu hohen CPU-Temperatur wäre außerdem das Wechseln der Wärmeleitpaste oder gleich das Upgrade des Kühlkörpers zu empfehlen. Generell sollten die Komponenten im Gehäuseinnere regelmäßig von Staub befreit werden, weil dies ansonsten sehr schnell zu einer Überhitzung führen kann. Im selben Zug könnt ihr auch gleich überprüfen, ob alle Bauteile korrekt angeschlossen und alle Stromverbindungen richtig angebracht sind. Des Weiteren bietet Windows euch von Haus aus die Möglichkeit, eure Laufwerke auf Fehler überprüfen zu lassen. Sucht dazu einfach nach CMD und führt die Eingabeaufforderung mit einem Rechtszieger als Administrator aus. Tippt nun sfc-slash-scan-now ein und schon sucht Windows nach fehlerhaften Dateien und repariert diese. Sollten all diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, bleibt euch natürlich auch hier wieder eine Windows 10 Neuinstallation als letzte Möglichkeit offen. Wenn euer PC-System nur unter Verwendung eines bestimmten Programms abstürzt, so könnte das Programm selbst die Fehlerursache sein. Eventuell ist es nicht auf dem neuesten Stand oder eben nicht mit der verwendeten Hardware kompatibel. Beachtet hierfür die Anforderungsangaben des Verkäufers und installiert das Programm gegebenenfalls neu. Auch in dem Fall kann ein Blick in den Taskmanager und auf die Temperaturwerte keinesfalls schaden. Ähnlich sieht es auch aus, wenn euer PC beim Zocken abstürzt, sollte das nur bei einem speziellen Spiel passieren, dann ist es naheliegend, dass wieder einmal das Spiel selbst daran schuld ist. Einige Launcher, unter anderem auch Steam, bieten entsprechende Funktionen an, bei denen die Spieldateien auf mögliche Fehler überprüft werden. Im Zweifelsfall du kannst aber auch nicht schaden, das Spiel einmal neu zu installieren. Sollten alle eure Games für Abstürze sorgen, gilt es wieder einmal die Auslastung in einem Taskmanager zu überprüfen und vor allem die Temperaturwerte zu beobachten, die gerade beim Zocken gerne mal in die Höhe schießen können. Ein besserer Airflow und die Reinigung des Gehäuserinneren wäre dann eine sinnvolle Maßnahme. Wenn all diese Lösungsansätze nicht den gewünschten Erfolg bringen und euer PC dennoch regelmäßig abstürzt, so scheint das Problem ein ganzes Stück schwerwiegender zu sein und möglicherweise auf Seiten der Hardware zu liegen, vor allem nach einer Windows-Neu-Installation, ist ganz offensichtlich eine der Hardware-Bauteile der Problemverursacher. Zunächst einmal solltet ihr überprüfen, ob all eure Komponenten im BIOS bzw. EFI korrekt erkannt werden. Wie ihr dorthin gelangt, entnehmt ihr bitte der Mainboard-Anleitung, meist ist es die Entferntaste oder einer der F9 bis F12-Tasten. Sollte ein Bauteil nicht korrekt erkannt werden, so solltet ihr überprüfen, ob die Komponente korrekt verbaut ist und falls erforderlich mit Strom versorgt wird. Jetzt wo das Gehäuse schon geöffnet ist, bietet es sich an, auch gleich die anderen Bauteile und deren Stromverbindungen kurz zu kontrollieren. Hilft auch das alles nicht, so müsst ihr ganz klassisch nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Falls eure CPU über eine integrierte Grafikeinheit verfügt, könnt ihr die Grafikkarte kurz ausbauen und überprüfen, ob der PC unter Verwendung der iGPU auch abstürzt oder ob die Grafikkarte für den Fehler verantwortlich war. Zudem könnt ihr die Hauptkomponenten CPU, Grafikkarte und RAM mit verschiedenen Tools einen Belastungstest unterziehen, in denen die jeweiligen Komponenten für einen längeren Zeitraum zu 100% ausgelastet werden. Stürzt euer System während eines solchen Tests ab, so könnte das einen Hinweis auf die defekte Komponente geben. Wie und mit welchen Programmen solche Tests durchgeführt werden können, zeigen viele Tutorials auf YouTube, wobei ihr während des gesamten Tests auch immer die Temperaturen im Auge behalten müsst. Das waren nun die häufigsten Fehlerursachen mit Lösungsansätzen in Bezug auf PC-Abstürze. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich nun noch über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Denn sollte es bei deinem System immer noch zu Abstürzen kommen, so kannst du mir gerne eine genaue Fehlerbeschreibung als Kommentar hinterlassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.